Ja, wir fahren hier gerade mit dem Aufzug hoch. Das kennen wir ja schon vom letzten Mal. Da hat nur das Ende nicht so gut geklappt. Aber wir wissen natürlich auch, dass ich sofort hier zu dieser Tür hin muss und diese knacken muss, bevor die Wache gleich kommt. Das mache ich mal eben schnell. Ich sehe aber trotzdem jedes Mal wieder random, wie genau jetzt die Reihenfolge ist. Wir gehen hier mal ganz schnell rein. Tür zu, Licht aus, langsam und ich sage hallo, willkommen zurück zu Splinter Cell, meine Freunde. Ja, wir haben ja auch beim letzten Mal herausgefunden, der Code steht hier für die Türen. 59259. Er ist jetzt an der rechten Tür, geht da jetzt durch. Sollte jetzt auch durch sein. Das heißt, wir können wieder raus. Machen wir hier nachts sich wieder aus. Oh, und ich habe die Kamera vergessen. Stimmt, die Kamera. Die dürfen wir nicht vergessen. Einmal daneben geschossen. Jetzt aber getroffen. Perfekt. Waffe wieder weg. Und wir haben ja beim letzten Mal herausgefunden, durch die linke Tür zu gehen. War nicht so schlau. Deswegen gehen wir diesmal durch die rechte Tür. Und das war 5, 9, 2, 5, 9. Genau. Damit können wir die Tür öffnen. Da vorne ist aber auch direkt wieder eine Kamera. Die schalten wir hier direkt aus der Entfernung aus. So. Geht doch. Leider bin ich immer noch nicht präzise genug darauf, auf Kameras zu schießen. Ich möchte aber erstmal hier um die Ecke gucken. Um die Ecke sehe ich da zumindest gerade noch nichts. Das ist schon mal gut. Das heißt, wir können uns jetzt erstmal hier die Türen anschauen. Was uns denn hier hinter den Türen erwartet. Hier ist ein Treppenhaus. Das nach unten führt. Was ist eigentlich gerade nochmal... Genau. Wir sollten in das Büro von dem... einem... äh... Herrn. Und dann... Genau. Nikolats Personal Computer in das Office. Sollen wir knacken, um uns da die... Daten zu holen. Hier ist ein Raumboot, auf jeden Fall Medikit. Deswegen würde ich gerne hier rein. Und eine Leiter. Dann öffnen wir auch mal diese Tür. Geht sogar auf. Perfekt. Äh... Medical Kit. Dankeschön. Können wir die Leiter da hoch? Also was ist das? Ah. Munition. Für unsere Pistole, schätze ich mal. Ja. Perfekt. Dann laden wir doch nochmal eben nach. Haben wir ein volles Magazin direkt. Dann können wir jetzt hier hoch. Open Trap. Sind wir auf dem Dach. Sehr frage. Ist das jetzt später unser Extraction-Punkt? Oder, äh... Müssen wir hier weiter? Erstmal wieder das Nachtgesichtgerät ausmachen. In der Fall, es anscheinend keine Leute zu sein, die uns verraten können. Auch mal ein Vorteil. Okay. Da sehe ich aber zumindest nichts. Was haben wir hier? Kann ja ein bisschen schneller gehen. Wir sind hier alleine. Okay. Ist keine Tür. Ich dachte erst, das wäre eine Tür. Auch keine Zip-Line oder so, die hier runterführt. Dann schätze ich mal, wird das Dach hier später noch wichtig. Aber jetzt gerade ist es das nicht. So. Erstmal wieder runter. Dabei können wir das Nachtgesichtgerät erst mal wieder anmachen. Bleiben wir aber langsam. Sehe niemanden, dann können wir raus. So, auf jeden Fall gehen wir jetzt da lang. Oh, da. Ich würde tatsächlich hier einmal lang gehen wollen. Das wäre eine Schiebetür. Können wir auf jeden Fall nicht durchschauen. Und ich kann hier auch nichts öffnen. Alles klar. Dann gehen wir weiter da. Schauen wir mal da ein bisschen um die Ecke. Was uns denn da erwartet. So, jetzt möchte ich immer mal wieder speichern. Sollte ich nicht wieder sofort vergessen. Da stehen die ganzen Soldaten, glaube ich. Hinter. Ja. Da sollten wir uns gar nicht erst hinbegeben, glaube ich. Das wäre eine dumme Entscheidung. Gucken wir uns das Treppenhaus mal an. Auf der anderen Seite. Wohin das denn führt. Oh, ist abgeschlossen. Okay. Door jammed. Okay, wir können die auch nicht knacken. Müssen wir doch zu den Soldaten. Das wäre mal... Können wir mit dem Feuerlöcher was machen? Ja, ich glaube nicht. Ich habe auch nichts zu werfen oder so. Was? Wie können wir die Soldaten erledigen? Sind da, glaube ich, drei Stück drin. Und ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Lust da groß rum zu ballern. Gucken wir mal, wie nah wir herankommen, ohne entdeckt zu werden. Das Ding verhindert, dass wir eine Wand entlang gleiten können. Vier Soldaten sogar. Da sind Laptops. Mit dem müssen wir wahrscheinlich die Tür öffnen. Würde mich zumindest nicht wundern. Hm. Wie bekommen wir euch da weggelockt? Gehen wir hier nochmal rum. Hier ist auf jeden Fall dunkel. Sind wir versteckt. Das ist schon mal ganz gut zu wissen. Hier ist aber nirgends wo ein Lichtschalter für außerhalb. Also für den Flur. Habe ich zumindest noch nicht gesehen. Dass man sonst den Flur dunkel machen könnte und die dann halt gucken kommen. Äh, fünf, zwei, ne, warte, falsch. Äh, fünf, neun, zwei, fünf, neun. War's. Genau. Open Door. Den Code müssen wir immer wieder neu eingeben. Das ist natürlich ein bisschen nachteilhaft für uns. Das bedeutet nämlich, dass wir, äh, diese Türen halt nicht offen halten können. Fünf, neun, zwei, fünf, neun. Wie bekommen wir euch hier einzeln erledigt? Wir müssen an eure Laptops ran. Eventuell doch aufs Dach und von oben irgendwas machen. Aber da war doch nix. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da nix war. Oh. Falsche Taste gedrückt. Das sollte eigentlich nicht passieren. Okay, die Tür geht doch wieder auf. Die Tür geht doch wieder auf. Das ist vom Vorteil, sagen wir mal so. So, gehen wir nochmal hoch aufs Dach. Ne, hier war sonst nix, ne? Hier sehe ich nix. Das Ding kann man hier auch nicht irgendwie mit interagieren. Dass man das irgendwie zerstören könnte oder so. Ne. Sehe ich nix. Ihr seht hoffentlich alles genügend. Hoffe ich zumindest. Oh, eine Sache könnte ich mal ausprobieren. Okay, es bringt nix. Das Fenster kriegen wir nicht kaputt. Die war ein Versuch wert, aber wenn es nicht klappt, dann muss ich auch nicht die Munition verlieren. Wir haben ja nicht viel gemacht seit dem letzten Speichern. Ist uns hier rum umgesehen. So, ist dann aber jetzt hoffentlich die Frage. Wie kommen wir hier durch? Warte, wir hatten ja noch dieses Ding hier. Kann man das verwenden für diese Jam-Door? Moment mal, da geht's... Okay. Okay. Ich glaube, ich weiß jetzt wie. Kommt man da irgendwie hoch? Ja, wahrscheinlich durch Wandsprung, oder? Das könnte klappen. Hier? Hier gegen die Wand? Hm. Aber irgendwas sagt mir, dass wir da rein müssen. Können wir irgendwie was... Ne, wir können auch nix irgendwie verschieben oder so. Wie kommen wir da hoch? Hm. Ja, springen wir halt direkt gegen die Wand, gegen die Decke und prallen ab. So nicht. Ist hier auch irgendwas drin, was wir verwenden können? Und den Switch. Hm. Ne, das Ding kann wir dafür auch nicht einsetzen. Ich weiß auch nicht, wofür das Ding ist. Dieses... Dieser spezielle Lockpick. Ne, da hochkommen wir auf keinen Fall. Haben wir hier irgendetwas, was wir verschieben können oder sonst was? Hier drin vielleicht nochmal. Okay. Okay. Okay, ich bin dumm. Ich bin dumm. Geh mich offen zu. Habt ihr wahrscheinlich schon alle wieder geguckt? Achso, ich hab noch reichen, äh... Computer gehackt, ne? Hm. Seitdem wir neu geladen haben. Genau, haben wir nämlich einen Datastick von... Genau, believe. Ja, das hatten wir schon beim letzten Mal gelesen. Das hatten wir schon beim letzten Mal gelesen. Dann... So, jetzt aber. Aha, geht doch. Achso, so kommt man dann hier hinten rein. Okay. Jetzt auf die andere Seite, Sam. Wir wollen die andere Seite entlang, Sam. Komm schon. So, geht doch. Geht doch. Man muss nur den richtigen Punkt finden. Oh, und die... Cam ist schon wieder falsch. So. Jetzt soll ich die Cam richtig sein. Ich hörte etwas. Jetzt geht einer los. Komm schon, ich da. Aber jetzt noch keiner... Keiner hat den Raum verlassen, ne? Übrigens auf Patrouille, dass wir uns die einzeln vornehmen könnten, ne? Jetzt... Gehst du auch wirklich... ...auf Patrouille oder hängst du da nur rum? Ja, geht los. Okay. Einer ist unterwegs. Ich frage nur, kommt der jetzt hier lang? Nee. Kommt nicht hier lang. Okay. So hat das Eil nicht geklappt. 2, 3, 4... Alle 4 bleiben da drin. Wie bekomme ich euch da raus, ne? Wie bekomme ich euch da raus? Oh, Moment, 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 Moment. Geht weiter. So. Ab auszusehen. Benutzt hast du geduld. Die kann ich aber deaktivieren bei mir. Das war aber nix. Was war das? Jetzt komm, jetzt geh ich ja richtig mal auf Patrouille. So, jetzt aber. Vielleicht kriegen wir ihn jetzt, wenn wir zum Gang gehen. Bei uns mal. Nee, das schaffen wir zeitlich, glaube ich, nicht, oder? Geht hier zu der Tür. Es ist leider dunkel. Das heißt, er wird mich hier nicht sehen. Mein Gott, wie kriegen wir die... Wie werden wir die Leute los? Wir können uns da nicht durchballern. Darum geht's ja in diesem Spiel auch nicht. Hi, Jungs. Wie können wir das machen? Wie können wir das machen? Oder können wir an den Türen vielleicht doch was anderes machen? Was ist so? Halt diese Tür. Die wundert mich. Wofür die denn eigentlich hin? Können hier irgendwie damit arbeiten? Nee. Ich kann auch nicht unterherschauen. Lockpicken. Irgendwas belauschen. Kann ich scheinbar auch nicht. Keine Ahnung. Nein, nicht Keypad. Open Door. Einen Moment mal ganz kurz. Handy laut los. Da wollte jemand mir auf den Herzen gehen. Hm, warte. Ich... Wir machen es nochmal. Wir machen es nochmal. Wir gehen nochmal hoch. Wir alarmieren ihn. Und dann grüßen wir ihn nochmal von der Seite. Jetzt geht es ja nur darum, ihn mal zu locken oder so. Hallo? Oh, diesmal alarmiert er. Er alarmiert ihn das gar nicht. Doch jetzt. Okay, zurück. Runter. Ja, roll dich noch ab. Stylish für die Fans. Perfekt. Jetzt komm raus. Komm raus. Guck hier durch. Seh mich bitte im Licht stehen. Verfolge mich. In das dunkle Büro. Und lass mich dich ausschalten. Nein, es war nix, nix. Komm schon, Spiel. Gib mir doch irgendwas. Irgendwas. Bitte. Aufzug kann man oben auch nicht durch. Nein. Nein. Von der Seite habe ich ihn noch nicht eingegeben. Na. Neun, zwei, fünf, neun. So. Jetzt aber. Lasst euch nicht von mir stören. Vielleicht irgendwie Licht ausschießen oder so. Kann man die überhaupt ausschießen? Man spielt nicht. Da kann man ja nicht ausschießen. Doch, die kann man ausschießen. So, jetzt hier rein. Rein da. Und hoch. Hoch, 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 hoch. Okay, da laufen sie lang. Einer. Zwei. Okay, Alarm ausgelöst. Oh, verdammt. Okay. So funktioniert das nicht. So funktioniert das nicht. Wie bekommen wir euch da einzeln weg? Wie bekommen wir euch da einzeln weg? Oder sind die verbuggt? Kann das sein, dass die verbuggt sind? Wieso steht er hier so komisch im Türrahmen, dass eigentlich die schon hier patrouillieren sollen? Wisst ihr, was ich meine? Weil ich sehe hier gerade keine Möglichkeit. Wisst ihr was? Ich schaue mir das mal kurz an. Was man da machen soll. Weil ich weiß gerade echt kein... Ich habe keinen Schimmer, was man da machen könnte. Ich schaue mir das mal kurz an. Und wir sehen uns gleich wieder. Okay. Gut. Ich, ähm... Schreibt mir ruhig in die Kommentare... Wenn ich zu dumm war, da irgendwie was zu checken. Ob da irgendwie... Ich wieder einen Dialog vergessen habe. Oder ja, nicht erst mitbekommen habe. Oder so. Ich zeige euch jetzt mal, wo es angeblich lang geht. Was du gar nicht hier hattet. Und zwar müssen wir doch aufs Dach uns dort dann abseilen. Aber ich habe... Echt... Ich habe jetzt... Wirklich nichts mehr in Erinnerung bezüglich abseilen. Also, wie gesagt. Wenn ihr... Wisst, was ich übersehen habe oder so. Teilt mir das bitte mit. Weil angeblich hier hin. Hier rauf. Und hier dann... Abseilen. Ich kann mich echt nirgendwo daran erinnern, wo irgendwie was gesagt wurde. Von wegen, seil dich ab. Oder... Oder sonst irgendwas. So. Den müssen wir jetzt wohl erledigen. Führt kein anderer Weg schon vorbei. So. Dann hier durch rein. So. Jetzt müssen wir uns tatsächlich wohl auch durchschießen. I've got three men about to brief Nikolaj's office. I'm under full. Oh. Okay. Ich bin halt schlechter Schütze in diesem Spiel. Gebe ich offen zu. Versuchen wir das Ganze nochmal. Aber, äh... Ich hab schon, ähm... Äh... Halt mitbekommen. Erstmal hier. Licht an. In dem Fall muss man sich halt wirklich durchschießen. Anders hab ich grad gelesen. Das ist halt kein anderer Weg. Dann vorbei. Wir haben ja aber hier schon Vorarbeit geleistet. Mit der Kamera und so. Wenn wir dann später raus wollen. Das ist immer noch so. Wieso? Was? Wo wurde mir gesagt, dass ich da... Dass ich mich hier abseilen soll? Ich versteh's einfach nicht. So. Runter hier. Waffe ziehen. Zielen. Oh, schau. Was? Wieso? Wieso? Wieso hat... Das ist nicht geklappt? Wieso hat... Das ist nicht geklappt? We need to see how far this goes. What's going on? Corpses, refugee camps. They've had commandos that work in Azerbaijan for weeks. How the hell did we miss this? Keep transmitting. Alert! All men to full alert! We have an intruder and nicolajus offis. Wake up, you bastard! Machen wir das Licht aus. Kann wir hier das Licht auch ausmachen? Ne, leider nicht. So. Schön dunkel, wie wir es mögen. So. Kommt da jetzt noch einer? Da waren ja vier. Auch wenn er sagt, es wie... Man. To the office. Speichern wir mal. Fischer, we need the rest of the files from Nicolaz's computer. This stuff is going straight to the president. We might be headed for military action and we're going to need airtight proof. Dann nutzen wir den Computer nochmal. That's the end of it. Thank God. What exactly is going on? You wouldn't believe the numbers. Nicolaz has been systematically murdering his way through Azerbaijan. And we didn't know about it. Nobody did. What does he want? You can watch the news later. Rendezvous with Junior Wilkes for extraction. Okay. Extraktion. Wir sind hier fertig. Aber wir haben noch... Ich werde gerade angerufen. So, entschuldige ich nochmal den Cut. Manche Telefonate sind so wichtig, als dass man sie nicht annehmen könnte. Aber, ja, bevor... Das hat natürlich jetzt ein bisschen echt kaputt gemacht, aber wir lesen jetzt hier erstmal. Äh, President Nicolaz. You can be certain, that our glass dagger will shatter as intended if attacked. Our army broken into smaller units will only become sharper and further scattered. My contacts have scouted and secured areas of operations for our splintered army to occupy. We will have a free hand in much of Northern Russia, the Orient and possibly the United States. However, I do not believe that it will come to this. Our plans are too well laid. And our enemies asleep at their posts. My only worry is your dependence on Massa and his technology. I have trouble trusting, so obvious a coward. But the vision is yours and I believe in it. VG. Wer ist VG? Aber, ja, okay. Der Präsident hier, Nicolaz, der führt anscheinend, äh, irgendwelche Operationen in Aserbaidschan durch und... Da kommt noch einer. Und, äh, töte... Also, mördert sich durch Aserbaidschan quasi. Um Pläne seinerseits, äh, fertig zu machen. Da ist er. Den schalten wir noch eben aus. Den schalten wir noch eben aus. Oder geht er jetzt wieder? Ah, der geht jetzt wieder, okay. Okay, dann schalten wir ihn nicht aus. Dann schalten wir ihn nicht aus. Dann... Verschwinden wir jetzt. Erstmal hier das Medica-Kit noch mitnehmen. Aber... Vorsichtig sein. Okay, sieht clean aus. Tür öffnen. Ich glaube, sie müssen vorsichtig sein weiterhin. Verdammt! Ich habe gerade gesehen, aus der Augenhinke wieder einer runterkam. Kümmern wir uns dann gleich drum. Ich schätze mal, dass es gescriptet, dass die da ankommen. Mein Gott, das ist so... Also, es tut mir leid, dass es so peinlich ist, wie ich hier das Spiel runterspiele, ne? Aber wie gesagt, ich hoffe, dass wir jetzt zu den späteren Missionen auch besser. So, erledigt, erledigt. Okay, hier runter. Hier runter. Ähm, Aufzugsschächte. Immer vorher speichern. Okay, ich höre Leute. Wo muss ich hin? Hallo? Hallo? Fischer? Wo müssen wir hin? Äh, wir müssen... Rendezvous in the basement of the parking garage for extraction. Ja! Basement. Ich komme nicht weiter runter. Einfach fallen lassen. Okay. Einfach fallen lassen! Ah, okay. Du hast ihn erledigt. Hi. What the hell did you find in there, man? Lambert's flipping out big time. What's he saying? I thought we're going to war. Okay, es geht... Es geht in den Krieg. Quasi. Ja, ich fasse das jetzt gleich nochmal in kurz zusammen. Keine Sorge. Bevor wir jetzt da... Press to... Fire to continue drücken. Ähm... Ich hole mir mal immer so ein bisschen die Wiki tatsächlich zur Hilfe. Äh... Winter... Cell... Eins... Wiki... Weil also, obwohl ich ganz gut in Englisch bin und auch häufig, ähm... Filme und Serien auf Englisch schaue und so, weil ich im Spielen, äh... Englisch und dann in der Action-Situation noch konzentrieren oder so, fällt mir immer schwer. Aber das ist auch, wenn es auf Deutsch ist, tatsächlich. Deswegen holen wir nochmal Defensive Ministerie. Äh... Die parsley... Kann ich COMMITstenos haben... Entrusion... Off the Ministry... Forschung... Was in... Unterground. Hiding... Wenn... Sand Kick... Starts... His campaign... Effer... Entrusion... Athrough... дух... umba... Nor larger... Entrusion... said... Murder... Rampage... junior... throughout Aserbaidschan... Ja, okay, also der Nikolaus, ähm, der hat angefangen halt in Aserbaidschan sich, äh, durchzumorden und das ist schon quasi ein Genozid und jetzt mit den Informationen, die wir gefunden haben, schickt die NATO jetzt Truppen, äh, in der Hoffnung, den Genozid da zu stoppen. Äh, ich guck nochmal ganz kurz und... Ja, ich glaube, das nächste, das werden wir dann, äh, in der nächsten Mission erfahren, aber die nächste Mission findet auch erst in der nächsten Folge statt, von daher sage ich, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und schauen dann mal, dass wir die Pläne von Nikolaus durchkreuzen. Bis dann, macht's gut, ciao. Ja, ich guck mal. 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 Ja, ich guck mal.